Hallöchen! Ich bin so Herr Bröselmann. Ich sag's euch, ich hab heute so viel zu tun. Ich hab heute wirklich viel zu tun. Wisst ihr, wo ich bin? Ich bin bei uns im Lager. Das ist ja hier mein Reich. Und wir haben neue Sachen bekommen. Wir haben so viele schöne neue Sachen bekommen. Ich weiß gar nicht, ich muss anfangen. So, guck mal hier, guck mal hier. Die neuen weißen. Wunderbar, ganz schön. Neuer Schriftzug, neues Design, neue Farben. Und hier, guck mal, hier noch da unten. Ganz was Schönes. Ganz richtig. In Blue. Blue steht jedem, sag ich. Also mir auch. In Yellow. Guck mal hier, wie schön. Also, wirklich. Aber auch hier geht's weiter. Guck mal hier noch. Also, ich sag's euch. Leute, mach ich alles schön, ne? Wisst ihr, warum? Die Boyband kommt. Und wenn die kommt, dann muss das hier glänzen. Weil ich bin der Einzige, dass der es weiß. Ich bin der Sache wieder als Erster drauf gekommen. Ich kenn die Farbe vom Original-Hoodie von der Boyband. Jetzt kommt ihr. Ich verrat nix. Ich sag nix. Dann müsst ihr schon warten, bis die Boyband hier gewesen ist und ich die feierlich übergeben hab. Ich sag nix. So, aber die kommen bald. Die Zeit muss ich hier noch ein bisschen sauber machen. Sie sind da. Sie sind da. Ja, Hallöchen. Es ist mir eine Ehre. Die Boyband 2021. Guck drauf, da ist sie. Hammer. Hammer. Herzlich willkommen bei mir im Lager. Oh ja, da zeige ich euch erst mal ein bisschen was von Ihnen, oder? Ja? Komm, wir laufen mal rum. Ich lass das Bäschen mal hier stehen. Also, ihr habt ja gesehen, wir haben hier verhindert. Wir haben das Logo ein bisschen up-to-date, ne? Und das ist Akmei Alain. Mal hier. Schick, oder? Das sieht gut aus. Genau. Ich sag euch, da wird mich auch stehen. Das wird mich da stehen. Der hat mir auch gefallen. Ich sag euch. Oh, hier noch schöne Kissen. Hier noch Hoodies. Da Hoodies. Oh, hier guck mal hier. Und das ist die Welt der Hoodies. Seht ihr das? Wenn man hier so durchgeht, das ist so andächtig schon fast, ne? Also, die Orangen, dann seht ihr da, wie schick die sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wir haben noch viel mehr. Guck mal, ich zeig euch noch viel mehr. Guck mal, was wir hier haben. Hier. Guck dir mal. Das muss in jeder Boyband. Halte mal. So. Tu einmal. Und jetzt immer schön anziehen. Mal gucken wir mal ziehen. Du auch. So. Modisch. Das sind modische Azuwas. So. Zeig mal. Wir brauchen kein Ding. So. Zeig mal. Wir brauchen kein Ding. Perfekt. Perfekt. Das ist perfekt für die Boyband. Perfekt. 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 Das ist super. Das ist super. Aber komm mit. Oh mein Gott. Mütz. Ja. Mütz. Ja. Ja. So. 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 So sieht es sich aus, ne? Komm mit. Komm mit. Komm her. Wo ist hier? Die Postas. Oh. Wie ist das schön? Mal hier. unsere originalen Posters. Aber sag mal. Warum seid ihr denn jetzt da? Wir wollen unsere Hotis aufholen. Die geheimen Hotis. Die geheimen Hotis. Geil. Das ist geheim. Das darf keiner wissen. Die Farbe ist geheim. Komm mit. Ganz leise. Ganz festlicher. Der einzige, der weiß, welche Farbe es hat. Bis jetzt. Und dann kommt ihr dazu. So. Liebe Boyband. Ihr seht's. Wir sind in unseren feierlichen Hallen. Im Konferenzraum. Da sind wir nur, weil wir ganz wichtige Sachen machen. Und zu diesen feierlichen oder wichtigen Sachen zählt unter anderem die Verkündung der Farbe der Hotis der Boyband. Und ich habe die Ehre und den Auftrag vom Musikproduzent bekommen, euch heute die Hotis zu überreichen. Weiß ist ja auch nur die Farbe. Bis jetzt bin ich der Einzige, der die Farbe weiß. Ich habe jetzt die Ehre, euch den offiziellen Hoodie 2021 vorstellen zu dürfen. Krass. Das besondere an dem Hoodie ist, der ist natürlich wieder streng limitiert. Das zum Beispiel ist die Nummer 003. So. Und jetzt frage ich, wer will die Nummer 003 haben? Dann gratuliere ich dir zu deinem 003, zu deinem Hoodie. So. Jetzt kommt... Wer will denn die Nummer 1 haben? Ich habe schon einen. Okay. Dann haben wir jetzt eine Schwierigkeit. Und die lösen wir in wel was per Zufall machen. Machen wir sogar. Ich schmisch die durch. So. Werden die durchgemischt. So. Und jetzt eine Hand jeder an einen Hoodie. Oh. 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 Das war natürlich so. Das geht nicht. Das war nötig mit unten. Das geht nicht. Wir machen die Augen zu. Okay. Ihr macht mal die Augen zu. Ich muss nicht. Ich habe schon mal einen Hoodie. So. Das... Das war jetzt das. Darf ich spielen? Nee, noch nicht. Noch nicht. So. Und jetzt macht sie das A wieder auf. So. Und jetzt packt jeder schon mal einen Hoodie an. Ich habe mal. So. Noch mal einen Hoodie. Und jetzt gucken wir mal. Du musst auch einen anpacken. Echt? Ja, pack einen an. Und dann gucken wir mal. So. Da wird schon einer... Warte mal. Ihr seid beide am gleichen. Okay. Dann willst du noch einen anderen? So. Du willst... So. Dann habt ihr jetzt jede eine? Ja. Gucken wir mal welche Nummer dabei rauskommt. Okay. Juhu. Kevin. Ja. Die 04 wäre meine Lieblingsnummer. Du hast die Nummer 2. Klasse. Die Boyband hat die allererste, die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Gigantisch. Also jetzt sehen wir sie mal an, oder? Ja. Ja. Wir sind dann gleich wieder da. Ich sag's euch. Der hätte mir auch gut gestanden. Die Nummer 6 hätte super ausgesehen. Aber ich hätte mich geschmückt. Naja. Vielleicht das nächste Jahr dann, ne? Und jetzt die Bröselmagie. Und... Da sind sie. Das sieht super aus. Die offizielle Boyband 2021. Ich bin wach halt. Ich werde verrückt. Wie fühlt man sich als frisch gebackenes Boyband-Mitglied? Das wäre cool. Vor allem wenn man jetzt die Möglichkeit bekommt, dass man jetzt bei der Boyband dabei ist. Und da hast du schon so ein bisschen das Feeling mit dem Rudi jetzt? Ja. Und so. Auch ein bisschen aufgeriecht. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Es kommt gigantisch auf euch zu. Also sag mal die schöne. Bis da. Tschüss. 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 Tschüss.